Ich will ins Kopf gegen Techniker, würde ich mal sagen. Nur mal drei Minuten. Es geht um die deutsche Meisterschaft. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 88,5 Kilogramm, 5 mal 3 Minuten. Es geht um die deutsche Meisterschaft der Iskard. So, ich bin sehr gespannt. Mabil, ein sehr powervoller Junge. Mabil, ein sehr powervoller Junge, ein sehr powervoller Junge. Garnabar Reichweite. Halber Kopfgrüße. So, 5 mal 3 Minuten in die erste Runde wird jetzt freigegeben. Und los geht's. Mabil, 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 Mabil. Schöne Lokik. Oh, Heike verfehlt von Bastian. Oh, und Mabil. Oh, Mabil. 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 und zum kopf nie von nabil 1 2 von nabil und der upper cut abel macht sehr viel druck geht nach vorne und logisch und der kick und der linke haken hat ein bisschen gesetzen schöne kriegs von basti aber schöne boxen auch von nabil heik von basti low kicks nabil geht nach vorne versuch mit dem box in der der weise hat die power in den händen box 1 2 hast du versuchten kürzer körper zu treffen hält den weg aber nabil macht sehr viel druck nach vorne schoene innen low kick Schöne Lokik von Nabil, er geht nach vorne, er macht schön Druck. Schöne Lokik von Fyka. Oh, rechter Haken von Nabil. Oh, linke Heiky. Oh, und der Nabil muss zum Boden. Wird mit Knie getroffen. Zum Kopf. Wird angezählt. Er ist wiederholt und jetzt weiter. Und Heiky wieder von Fyka und Frontkick. Und die erste Runde ist vorbei. Sehr schöne erste Runde. Sehr, sehr spannender Kampf. Und er hat das Gefühl, dass die neue Hochschule in die Welt ist. Schmarrer, wir sind wieder hier. Und trotzdem sind alle sportlich, dass wir sind natürlich unsere Rindpicka, verantwortlich. Und unsere charmante Nummerne, Karin Kuhn, das ist jetzt gleich. Und die Runde haben wir zwei Handeln. Applaus Jetzt wird der zweite Runde freigegeben. Und los geht's. Und die Jungs beide sofort mit Low Kicks. Fyka mit Kick zum Körper. Oh, nochmal mit dem High Kick. Schöne Lokik von Fyka. Antwort von innen Lokik von Nabil. Nochmal High Kick und Nabil geht's schon nach vorne. Fyka hält sehr gut. Nabil auf Distanz. Aber Nabil muss mehr rangehen und boxen. 1, 2, Low He. Oh, 1, 2 von Nabil. Low Kick von Nabil. Und nochmal Low Kick. High Kick von Fyka. High Kick wieder von Fyka. Low Kick wieder von Fyka. Nabil geht nur nach vorne. Und Kick wieder von Fyka. Und Kick wieder von Fyka. Und High Kick von Fyka getroffen. Loh Kick von Nabil. Loh Kick von Nabil. Schöne Lokiks von Fyka. Bleibt schön auf Distanz. High Cupногik von Fyka. High Kick von Houshi. Houshi. High Kick von Fyka. Houshi. Wer fehlt dir. Und linker CeB trifft. Sch interesting. Oh, ungesch Cloudens gewandert. Sie kann unter Wien유ēngen sind. Jok magnetic hoff corn supersje. rechter haken kick von flieger und linke hake von nabil ich dachte erst mal wirkungstreffer und nabil macht jetzt druck starke runde von beiden die ersten beiden runden haben wirklich 100 prozent sondern haben 120 prozent wer soll das beurteilen wer schafft diese ganze distanz in dem tempo weiter zu feiern ich glaube dass keiner schafft vor den malen entscheidet ihr den kampf für sich und es geht weiter keine möglichkeit vorschätzen jetzt geht es in die dritte runde ich kann wieder sofort mit dem logik konnte von nabil noch mal linke jack von kicker er nutzt gut seine reichweite aus schöne heike wieder rechte hatte von nabil und apakat und der linke hake nochmal und rechte hake von nabil sehr schön gemacht abit macht sehr viel druck nach vorne heike schön geblockt von nabil linke innenbein von fücker linke hake von fücker wieder und der feste hake von nabil möchte gerade von nabil wieder schnabgeblockt von fücker schnabgeblockt von nabil abit die krimi dann mit den linken height und patel rechte und kick von nabil wächter gerade von nabil und der linker heikel letzte 20 sekunden in der dritte runde nach vorne wieder linke kick und für die rechte hake ende der dritte runde mal gespannt auf die vierten fünften märz die 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 Und wir haben das Beidekämpfer schon so ein bisschen, ja, das ist aber so ein bisschen, jetzt mal. Diese sieben Tempo haben wir uns gedacht, das haben wir gar nicht so gut. Auf alle Fälle sehen wir einen Kapp, einen Titelkampf vom Allerfeinsten. Denn es gibt geschließte, denn der deutschen K1 ist 88,5 Kilogramm. Und wir werden jetzt in die nächste Runde gehen. So, eine sehr gute Stimmung hier in der Halle. Jetzt kommen wir zur vierten Runde. So, ich bin mal gespannt und die Jungs starten sofort mit Kicks und Fäusten. Nochmal linke Highkick von Fücker und ein, zwei von Nabil. Nabil macht schön Druck nach vorne. Fücker hält den Nabil schön weit weg. Und Nabil mit drei Schlage von Nabil und die linke nochmal. Kicks und Kicks und Fücker hält. Räschte Haken von Nabil und. Und Nabil und die bin. Räschte Haken von Nabil. Räschte Haken von Nabil. Nabil und Kicks und Kicks und Fücker hält. Räschte Haken von Nabil. 12 von nabil noch mal den linker haken lenker noch mal die versuch von zucker mabel will kämpfen der geht einfach nach vorne und zahnschutz weiter geht es 50 sekunden auf vierte runde rutscht kurz aus nadel und weiter geht's linke haken box habe ich es mal sehr gefährlich natürlich mit den beinen mit dem linken hat es denn abel aufpassen noch mal heitig versuch und zucker habe geht nach vorne und macht druck box box noch mal logik von nabil versuch von zucker ende der vierte runde spannende kampf mit ich weiß nicht wer euren rechnungen da vorne aber wir haben noch eine runde mit drei minuten der kampf und das ist hier wie gezeigt die letzte runde von zucker wer das überstehen will muss eine megamäßige position haben riesen applaus noch mal für die runde wunderbar wunderbar letzte runde letzte runde liebe damen und herren das ist der deutsche kampf im k1 bis 88,50 kampf verscholen die diese sporter mit applaus und anfeuern wir wollen das meister aus dem haus holen so jetzt startet die letzte runde fünfte und letzte runde nabil macht wieder druck nach vorne die kampf ich bin Fika linke haken von nabil der hat gesessen und die rechte und die linke noch mal um die rechte sogar das gemerkt kommt mit heike und drehfaus von nabil 123 von nabil noch mal von vikap bekommt ab 12 linke von nabil bei steigern schicker und das knie hoch nabil box 12 für verblüte ganz schwer heike von kv da ist auch ein namen wort von nabil tiefschlag war ein tiefschlag jetzt geht es weiter letzte sekunde 40 sekunden bis zum ende und druck von nabil 123 nach vorne linke hake rechte haken sitzt wieder und noch mal den rechte haken linke haken super feld wieder ein ausrutschen die jungs geben alles es geht um die deutsche meister titel der iska sind die letzte sekunde bis zum kampf der karte ist vorbei sehr stark getan die jungs haben beide alles gegeben was ein kampf so wir sind mal gespannt auf die punktrichter was sie entschieden haben alle sind nicht fertig alle sind nicht fertig Dauer noch einen kleinen Augenblick. 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 Dauer noch einen 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 Augenblick.